Willkommen in meiner Garnelenzuchtanlage. Ich zeige euch heute, wie ich mit einer selbstgebauten Durchflussanlage in 90 Garnelenbecken einen Wasserwechsel in nur 30 Minuten durchführe. Mit einer etwas kleiner dimensionierten Anlage wäre Wasserwechsel sicher auch für kleinere Zuchtanlagen eine tolle Sache. Ich zeige die Herstellung im Detail mit Tipps, auf was geachtet werden sollte. Okay, dann legen wir mal los. Mein Aquariumwasser erzeuge ich über Osmoseanlagen. Diese produzieren in 20 Stunden 600 Liter aquariumtaugliches Wasser. Die Anlagen arbeiten 1 zu 1, was bedeutet, dass ich aus 1000 Liter Wasser 500 Liter Aquarienwasser erhalte. 500 Liter sind Abwasser, welches ich zumindest im Sommer ins Gewächshaus zu den Gürken leite. Das erzeugte Wasser fange ich mit zwei 300 Liter Tonnen auf, die über einen Überlauf zusammenhängen. Damit die Tonnen nicht überlaufen können, habe ich einen Schwimmerschalter installiert, der die Osmoseanlagen abschaltet, wenn beide Tonnen voll sind. Sinkt der Wasserstand durch Entnahme, schalten sich die Osmoseanlagen automatisch wieder ein. Kommen wir nun zum ersten Teil der Anlage. Der Wasserhauptverteiler. Der Wasserhauptverteiler besteht aus einem HT-Rohr mit einem Meter Länge und 10 cm im Durchmesser. Dazu noch ein 90 Grad Bogen mit Muffe, sodass unser Zulauf aus den Tonnen schön gerade herunterhängen kann. Dieses HT-Rohr gibt es in jedem Baumarkt zu kaufen. Da Garnelen es uns danken, wenn das Wechselwasser langsam in das Becken einströmt, leiten wir an jedes Aquarium einen 6 mm Silikonluftschlauch. Die notwendigen Eindrehnnippel, um den Schlauch aufzustecken, habe ich bei Luftheberkorn bezogen. 100 Nippel eindrehen ist eine Plagerei. Es hilft hier mit einem Lappen und einer Nuss zu arbeiten. Die Nippel wurden nicht weiter abgedichtet, da die Gewinde konisch sind. Leider war es aber beim ersten Testversuch nicht ganz dicht und ich musste alle Nippel erneut aus- und wieder einschrauben. Vor dem Einschrauben wurden sie nun mit Teflonband dick umwickelt. Nun war alles dicht. Alles in allem war die Schrauberei eine wirkliche Plagerei und nur beim dran denken tun mir die Finger schon wieder weh. Am Wasserhauptverteiler ist noch ein Entlüftungshähnchen notwendig. Ich zeige euch später bei der Demonstration der Anlage, warum es gebraucht wird. Da wir ins Detail gehen, hier nun der Zusammenbau des Wasserhauptverteilers. Die Schlauchanschlussleitung hat hier einen Durchmesser von einem Zoll. Entsprechend nehmen wir einen Messing-1-Zoll-Anschluss. Es ist wichtig, dass der Zuleitungsschlauch groß genug dimensioniert ist, um genügend Wasserdruck im HT-Rohr zu erzeugen. Es muss im Betrieb deutlich mehr Wasser nachkommen, als die 50 Ableitungen durchleiten. Nimmt man hier einen zu kleinen Schlauchdurchmesser, reicht der Druck unter Umständen nicht aus, um auch weiter entfernte Aquarien über den Luftschlauch zu befüllen. Mit Ausschlaggebend ist natürlich auch die Wasserpumpe, die unsere Wasserverteilung später befüllt. Hier sollte man eine sehr leistungsfähige Pumpe einsetzen, die viel Volumen transportieren kann. Beim Verkleben von HT-Rohr ist so gut wie kein Silikon verwendbar. Es hält einfach nicht. Ich habe hier ein Spezialmittel namens Fix-All eingesetzt. Dieses Mittel von der Firma Henkel hält so gut, dass damit außen und innen verklebt HT-Rohre bombenfest zusammenhalten. Mit Fix-All habe ich übrigens ohne zusätzliche Verschraubung meine drei Luftdruckdosen verklebt. Die halten bis heute bombenfest. Bei der Installation des Wasserhauptverteilers ist es überaus wichtig, dass dieser so hoch wie möglich unter der Decke installiert wird. Es kann sonst ein Rücksaug entstehen, der Wasser aus den obersten Aquarien über den Wasserhauptverteiler in niedriger liegte Aquarien saugt. Hier waren knapp 300 Meter Silikonluftschlauch notwendig, um alle Aquarien mit den beiden Wasserhauptverteilern zu verbinden. Es ist ratsam, am Ende des Luftschlauches einen Edelstahllufthahn anzubringen. Hiermit kann bei kleineren Aquarien der Wasserzufluss stufenlos geregelt werden. So, wo Wasser hineinläuft, muss es auch kontrolliert wieder ablaufen können. Nicht schön, aber dafür günstig, bauen wir uns im laufenden Betrieb einen Überlauf. Es muss ein Loch ins Aquarium. Dafür wird 50% Wasser abgelassen und die Scheibe gut getrocknet. Ist sie trocken, wird eine aufgeschnittene Gefriertüte so eingeklebt, dass später nichts vom Bohrwasser und Glasstaub ins Aquariumwasser fallen kann. Etwas Sorgfalt ist hier notwendig. Wer sich hier unsicher ist, der quartiert bitte den Besatz während dieser ganzen Aktion aus. Bei unseren 90 Löchern, die wir in drei Tagen gebohrt haben, ist keine Scheibe zu Bruch gegangen. Jedoch ist es trotzdem ratsam, auch ein Ersatz-Aquarium parat zu haben. Für den Fall der Fälle sozusagen. Die 5 mm starke Plexiglasschablone wird ganz leicht mit Schraubzwingen befestigt. Gerade so, dass die Vorder- und Rückseite der Schablone samt den Schraubzwingen hält und nicht abrutscht. Gebohrt wird mit einer handelsüblichen Bohrmaschine sowie einem Hohlbohrer, der günstig bei Ebay zu bekommen ist. Für die 90 Löcher waren zwei Bohrer notwendig, da sich diese mit der Zeit abnutzen. Das Bohren ist eigentlich mehr ein Schleifen, weshalb dies langsam und mit wenig Druck durchgeführt werden sollte. Mit einer Spritze wird behutsam Wasser hinzugefügt, sodass der Schleifstaub abfließen kann und der Bohrer Schmierung erhält. Auch ist zu beachten, dass man die Bohrmaschine leicht konisch während des Bohrens bewegt. Dies reduziert das Risiko eines Glasbruches deutlich. Das Loch ist fertig. Die mit Aquariumsilikon eingeklebten Bögen sind handelsübliche Bögen zur Elektroinstallation aus dem Bauhaus. Damit uns später keine Garnelen am Überlauf hinausgespült werden, muss dieser gesichert werden. Diese Sicherung sollte so sein, dass sie sich nicht vollkommen zusetzen kann. Diese Überlaufsicherung ist natürlich auch selbst gebaut. Man nehme dazu Kunststoff-Elektroinstallationsrohre aus dem Baumarkt, die natürlich super in die dazugehörigen Bögen passen. Es wird in ein 10 cm langes Stück zwei Schnitte eingesägt. Mit etwas Kreativität und einem Schweizer Taschenmesser entsteht so ein wunderbarer Garnelenstopper. Der Nylonstrumpf wird soweit gespannt, dass die Maschen etwas größer werden, aber noch klein genug bleiben, dass keine Babygarnelen durchschlüpfen können. Gehalten wird der Nylonstrumpf mit einem kleinen Kabelbinder. Es hat sich herausgestellt, dass der Kabelbinder nicht immer ausreichend ist und ich habe mit einem zusätzlichen Gummiring gute Erfahrungen gemacht. Wiederum der Nachteil des Gummirings ist, dass dieser im Aquariumwasser schnell spröde wird. Eine bessere Lösung habe ich aber derzeit noch nicht und so muss ich hin und wieder einen Überlauf neu bespannen, wenn ich unvorsichtig an ihm herumgezogen habe. So ein Garnelenstopper verstopfte bei mir bisher nie komplett, sodass kein Wasser mehr durchging. Eine Reinigung ist prinzipiell durch einfaches Abspülen möglich. Der Ablauf des Altwassers läuft in ein 40 mm HT-Rohr, das zum Abfluss führt. Es hängen bei mir nicht alle Aquarien an einer einzigen Abflussleitung, sondern ca. 50 Aquarien an einem Ablaufstrang und die 40 anderen an einem zweiten Ablaufstrang. Auf den letzten Metern habe ich ein 80er HT-Rohr im Einsatz. In meinem Garnelenkeller gibt es keinen Abfluss zum Kanal. Ich sammle das Abwasser in einer Box, in der dieselbe Pumpe steht, wie ich zum Wasserwechsel benutze. Das Abwasser wird ins Gewächshaus oder einfach in den Garten gepumpt. Kommen wir nun zur Einspeisung von Wechselwasser in den Wasserhauptverteiler. Ich benutze, um genügend Druck zu erzeugen, eine Abwasserpumpe mit Schwemmerschalter von der Firma Jung. Da ich zwei Wasserhauptverteiler habe, aber nicht für beide eine eigene Pumpe kaufen wollte, habe ich den Anschluss mit einer Schnellkupplung realisiert. Diese Konstruktion ist ein wenig eine Spielerei. Ich öffne den Seitenhahn, um einen ordentlichen Wirbel in der Tonne zu erzeugen, wenn ich das Aufhörter Mineralsalz zusetze. Eigentlich würde die Schnellkupplung genügen, aber mit dem Seitenhahn kann ich die Pumpe schon ankuppeln und versenken und brauche dann, wenn es losgeht, nur den Seitenhahn zu schließen. Nun noch ein für unsere Krabbler überlebenswichtiger Tipp. Werden Schlauchschellen verwendet, bzw. solche Schnellkupplungen, dann müssen diese vor der ersten Verwendung in die Spülmaschine, um das Fett in der Schlauchschelle und am Dichtgummi der Kupplung loszuwerden. Diese Teile sonnen ansonsten ewig lang Fett ab und dieses ist im Wechselwasser für unsere Garnelen tödlich. So, nun würde ich sagen, zeige ich euch die Anlage im Einsatz. Es wird der Leitwert noch einmal kontrolliert, nachdem mit Bischrim Mineral GH Plus aufgehörtet wurde. Wenn alles passt, wird der Schlauch des Wasserhauptverteilers angeschlossen. Dadurch, dass diese Pumpe im Vergleich zu anderen Abwasserpumpen so einen schnuckeligen Schwimmerschalter hat, ist das Handling zu jeder Zeit mehr als angenehm. Bevor wir nun den Wasserwechsel starten und Druck auf die Anlage geben, wird obligatorisch der Entlüftungshand kontrolliert, ob dieser auch wirklich zu ist. Da wir noch einen Kugelhahn zwischen Pumpe und Wasserhauptverteiler haben, können wir nun die Jungpumpe einschalten. Wassermarsch! Wir öffnen den Kugelhahn und unser Verteiler wird geflutet. Eine gute Taktik ist es zuerst langsam zu öffnen, so dass die Luft aus dem Verteiler und den Silikonschläuchen in die Aquarien abgeblasen werden kann. Wenn das größte Plubbern beendet ist, den Hahn kurz öffnen, um einmal vollen Druck zu erzeugen, um die letzte Luft herauszupressen. Nun kann der Druck etwas reduziert werden, denn die Jungpumpe baut über unseren 1 Zoll Schlauch enorm Druck auf. Über die transparenten Schläuche kann man beobachten, wie in die angeschlossenen 50 Aquarien das Wasser eingeleitet wird. Zuerst wird die Luft aus dem Schlauch getrieben und anschließend strömt konstant das Wechselwasser ein. Der ganze Vorgang läuft bei mir durch den halbgeschlossenen Kugelhahn gedrosselt ab, so dass in ca. 15 Minuten eine 300 Liter Tonne in die Aquarien einströmt. Dies entspricht bei mir einem Wechselwasserzufluss pro Aquarium von 5 Liter. Ist die Tonne leer gepumpt, schließe ich den Kugelhahn. Die Jungpumpe schaltet dank dem eigenen Schwimmerschalter selbst ab. Als letzte Maßnahme öffne ich nun den Entlüftungshahn, so dass sich die Anlage selbstständig entlüftet. Man kann beobachten, wie das sich noch in den Schläuchen befindliche Wasser in die Aquarien läuft, so dass die Schläuche praktisch leer sind. Wir sind nun am Ende angelangt und ich zeige euch noch Impressionen, was unsere Racker von dieser Wasserwechselmethode halten. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020